Hallo meine lieben Disco-Könige und Königinnen. Nein, wie heißt es? Königinnen? Königin, ja. Willkommen bei der weiteren Episode Mario Party 2, das beste Spiel, wenn man... Warte, wie, wie... Sicke, warte, Sicke Moves, ich will... Sicke Moves? Ja, Sicke Moves machen will. Mach einen Sicke Move. Du kannst nicht Z drücken, also das ist schon mal was cooles. Was? Nein. Los geht's. Also, das ist ein Tanzspiel, das ist wie Guitar Hero, Guitar Hero. Guitar Hero oder Guitar Hero. Ankopfe Table oder Ankopfe. Was? Ich will, Dong macht alles falsch. Dong. Beats. Dong. Hä? Dong. Beats. Wow, das ist... Dong wird verhauen, das ist schon klar. Dong, jetzt bitte. Dong. Dong. Dong! Wie, ich hab gar nichts, ey. Okay. A. B. Meine Güte! A. B. B. A. B. A. A. B. A. Ja! 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 Ich bin der Guitar Hero! Ich wusste nicht mal, ich denke hier funktioniert Z nicht mal. Alles ist kacke. Alles voller Scheiße! Alles voller Scheiße! Benutz mal dein Klo! Alles voller Kacke! Ne ernsthaft, wisch die Scheiße auf! Okay, ey. Daten gespeichert. Die letzten vier Züge, Anthony. Sieht so aus, als würde es endlich mal Gerechtigkeit geben für diesen Dong hier in der Ecke. Okay, los geht's. Ey, diese Runden. Soll ich niesen? Ja. A. B. B. Glocke! Warum? Ja, ich muss erstmal genug Geld auftreiben, damit ich die gut benutzen kann. Ah! Okay. Ich hoffe, du klaust den Stern von Peach. Auf jeden Fall. Von Dong wäre gut. Der Dong-Stern. Dong! Guter alter Dong! Auf die Bank! Auf die Bank! Sechs Münzen! Mamma mia! Yes! Ist nicht gut. That's how we roll. Elektro roll. Bin ich echt letzter? Ja. Ich war die letzten 20 Runden erster. Nein, du hast noch... Ah ja, stimmt. Du hast einen Stern nur noch. Wie sich das Blatt gewendet hat. Oh, das Spiel. Achtung. Okay. Zuerst die ganzen Zeiten einsammeln. Ah ja. Wer das nicht macht, der ist vollkommen bescheuert. Oder ein Dong. Achtung. Wirklich macht uns noch näher zum Kram. Ihr Penner! Okay. Also Anthony mimt sich jetzt den Weg zur Victory, indem er sich ein paar fucking Zeiten holt. 20 Sekunden für diesen Jungbuben da. Nichts, nichts. 15 Sekunden. Huh. Ich hoffe, das geht nicht schief. He. He. Die Seelen wurden gefangen von den Helden in vollkommen bewegungslosen Seelenpuppen. Während sie es schaffen, höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Sie werden in die ewige Röhre der Verdammnis geschmissen, indem ihre Seelen zerstückelt und in einem sehr leckeren Brei verarbeitet werden, der äußerst beliebt in der Hölle ist. Man nennt ihn Hellbrei. Hä? Ja. Also kümmere dich um Dong am besten zuerst. Kannst du dich zuerst um den Dong Jae? Okay, los geht's. Musst du A drücken? Ich muss festhalten. Ah! Nee, ich mein drücken ganz oft frequently. Wen holst du jetzt? Dich hol ich als letzte Spezialität. Oh man. Damit es ganz spannend wird hier. Dong Jae. Dong Jae! Dong Jae, wir frei dich! Ha-ha! Ohva. Awesome! Laughter! Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Denkst du du kannst nicht welcoming? Ich hol dich Junge. Und du wirst ganz sterb. Okay du wirst sterben alter. Du wirst sterben. Nein. Du bin kacktes Kacket! Zehn Sekunden einfach nicht. Kannst du bitte nix machen? Seele! Seele! Seele werden frei sein. Seele werden frei sein! Nein! Komm bitte! Du kriegst mich nicht leben, Penner! Fuck! Ja! All diese schnelle Handbewegungen haben sich endlich gelohnt! Oh Gott! Fuck, ja! Zehn Münzen für den Dom, die Bitch und die Peach! Oh, warte! Und den Luigi King! Ohne One natürlich! Ohne wär's bescheuert! Ey, okay! Drei Runden! Mal sehen, ob Anthony schafft, das Blatt zu wenden! Was hast du dazu zu sagen? Oh nein, er klaut den Stern, oder? Ja, von dir! Ich hab grad ganz kurz gedacht, du musst gar nichts drücken! Max, was machst du? Ich dachte... Ich dachte, es gibt Gerechtigkeit! Wenn Dong jetzt gewinnt... Dong darf nicht gewinnen! Dong gewinnt nicht! Nein, das werd ich nicht... Das werd ich nicht zulassen! Jetzt wird nur hin und her gestohlen, hä? Jackpot, keine Münzen, oder? Zehn! Danke! Ja, okay! Ich hätt die geboren... okay! Ist ganz okay! Rot, 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 rot! Ich darf nie mit der Bitch spielen! Fruchtkorb, das Spiel ist geil! Robo-Marathon! Robo-Marathon! Das Spiel, in dem ich letztes Mal richtig beschissen war, aber dieses Mal richtig geil sein werde! Weißt du warum? Du musst es dir sparen! Warte, jetzt will ich lesen, was man genau machen muss! Lass du euren Robo-Fly-Guy... Wiederholt! Also hin und her, oder beide gleichzeitig? Ja, probierst du raus! Ah, okay! Gleichzeitig, okay! Gut, dann gönne ich mich mal auf den Boden, damit ich besser drücken kann! Wieso musst du immer auf den Boden? Meine Fehler, es funktioniert gut wie drücken! Oh nein, warte, ey! Okay, Peach hat gewonnen, Peach hat gewonnen! Du bist nicht annähernd so schnell wie Peach! Das ist so abgefickt! Niemand ist army am zu schnell! Ich denke, das ist nur die Animation von Peach! Oh, ich bin wieder als erster runtergeflogen, oder? Mhm, mhm! Ich werde zuerst runterfliegen, das ist klar! Fuck! Junge! Obwohl ich eigentlich richtig gut gedrückt habe! Hast du nicht gesehen, wie schnell ich war? Ja, aber Peach war doppelt fuck! Komm, Luigi, überlebst! Okay, bitte! Luigi, los! Ich bin doch voll gut in diesem Spiel, bitte! Bitch! 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 We ain't talking about that shit! Ja! 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 Alter! Da ist der Bro! Da ist der Boy! Ja boah! Oh Gott! Nice! Willkommen bei Crush-O-Rama! Wenn du nicht schreist, bist du nicht witzig! Letzte zwei Runden! Und Dong ist erster! Dong ist wirklich erster! Ich werde mir den Stern wieder zurückstellen, das ist klar! Oder ich gönne mir einen Stern, wenn jemand da ist! Oh, Yoshi! Lande auf der Brücke! Oh, Yoshi! Lande auf der Brücke! Oh, Yoshi! 1, 2! Yoshi tut mir einfach so drauf! So knapp vor dem Duell fällt! Tja! Was willst du jetzt machen? Ehh! Dong! Dong! Der kriegt eh mal 10! Wahrscheinlich hat er einfach... Ha! Opfer! Lol! Tschüss! Verpiss dich! Oh nein! Tja! Ha! Oh nein! Aber es ist Dong! Ich denke, bei mir funktioniert die Z-Taste nicht! Dann nimm halt kurz mein Kopf! Oh, schnell, schnell, schnell! Muss man da wortwörtlich Z drücken oder links? Ach du meine Fresse! Eddie! Was muss ich machen? Okay! So wie den Z-Trigger! Muss man da links drücken! Z wurde in Z! Ich wollte doch nur wissen! Okay! Oh Gott! Puh! Okay! Und es geht los, Dong! FUCK! Er kann mir jetzt noch einen Stern klauen! Dong hat gewonnen! Der Dong hat gewonnen! Wie? Durch Glück und Geld! Genau wie im echten Leben! Okay, also! Oh, fucking deep! Well, yeah! Yeah! Oh man! Ich dachte echt, ich krieg's noch... Ich bin sogar Dritter! Plattenmeister! Feuerseil! Fruchtkorb! Das ist kacke! Du spielst kacke! Was wollen wir spielen? Fruchtkorb oder... Feuerseil! Jetzt setz dich hin! Spielst du unter den Blog, um die angezeigten Menge Früchte hinzusammeln? Das ist voll das geile Spiel! Das ist voll Psycho! Das ist voll Psycho, Digga! Also! Es bringt eigentlich nichts! Man kann eigentlich so viel anschlagen, wie man will! Bis zu... Keine Ahnung, ungefähr... Zwei! Da kann ich mir einfach mal eine weitere Zwei! Nein! Denn da muss man Mathe einsetzen! Algebra! Geometrie! Was? Okay, wenn jetzt jeder von euch drei macht... Äh, zwei macht... Dann bin ich am Arsch! Oh Peach, bitte nicht! Peach holt sich die Zwei wegen der Minz! Oh nein! Dong! Dong! Wir sind doch Freunde! Nein! Oh Maxi! Dong! Dong! Verfi... Dong! Dong! Ich hatte nicht meine Chance! Ich frag mich, was ich benutzen soll... Zwei! Eins! Zwei! Es ist so eine schwere Entscheidung! Gar nichts! Uups! Nee! Oh nein! Wer hätte ich das erwarten sollen? Nee! Ich hab' nicht gewonnen! Du bist so ein Scheiß! Mach Peach raus! Nee, nee, nee! Dong muss gewinnen! Wenn dann! Gut gemacht! Ah Gott! Er ist ja nochmal spannend! Hehehe! Okay, okay, also Wenn du jetzt... Nein, du musst eins machen Nee, nee, nee Er hat gewonnen Egal, was du machst Ich hab gewonnen Er macht jetzt zwei Du hätt... Egal, was du verwendest Ja Egal, was du gemacht hättest Du hättest verloren Du hättest ihm nicht die drei Früchte behalten sollen Jetzt, Anthony, schlag dich über den Controller Fuck Ist doch nicht so schlimm, Leute Es geht nicht um das Gewinn Es geht um das Spaß Letzte Runde Lass uns sehen, wohin das führt Eins, zwei, drei Fünf Münzen, bitte Danke, bitch Tschüss Tschüss Nice Oh, fuck Du musst sie wieder an meine Kontrolle gehen Ja, aber gegen Peach vergisst du sowieso Ja, stimmt Egal Aber nein, es entscheidet sich jetzt, ob du platzt Zwei oder ein Don, gewinnt sich, ich krieg das einfach nicht in meinen Kass Ich will wenigstens weiter werden, komm Okay, konzentrieren, nichts ausrasten Ja, bitch Zweiter Platz für Waluigi, oder? Ich weiß nicht mal, ich missfindlich, missfindlich 30 Münzen Aua, Aua, Peach, Aua Das tut weh, Peach, hä? Aua, Peach? I do this way To this way, Moose Fuck Okay, ich hätt's so gern jetzt ne 1 Ich bin zweiter Mach ne 1 Ah, Brexel den Controller Scheiße, ja, 1 Fuck Das ist so perfekt Perfekt, Junge Weißt du, das ist Karma Wieso hab ich nicht meine Glocke eingesetzt? Anthony, du hast Ich hab meine Glocke nicht eingesetzt Ich hab's nicht mal genug Münzen, um den Stern zu klauen Ja, aber um Münzen zu klauen Er ist doch egal Weißt du, Anthony, weißt du, was das Schlimme ist? Hättest du mich einfach nicht in das Bob, in Bob-Ompige Rechnung, Rechnung manipuliert, dann wärst du wahrscheinlich nicht da, wo du jetzt bist Ach, was denkst du? Ja, denke ich Wops, okay Nimm zwei Donkey Kong hat gewonnen Der Easy-Charakter hat gewonnen Wir hätten Bono-Sterne zufügen sollen Das beweist, dass, ähm, meine Party nur Glück ist Alter Okay, jetzt kann jeder nur einen Haufen Geld verdienen In der nächsten Runde machen wir dann, ähm, wie heißt es, Bono-Sterne rein, damit es spannender wird Ah, iiiih Iiiih Iiiihih Ahhhh Oh, ist das schon meine Mense? Ach, fick dich Wow, Bitch Was macht der? Er hat sich selbst umgebracht Also, lass uns mal sehen, wohin das... Oh, Mam Was, warte Warte, eine Sekunde Oh, nein Oh, nein Oh, nein Egal Dong hat gewonnen Dong hat nicht gewonnen Es sind alle sterben müssen Dong geht dreht Fakistisch Wahrscheinlich ist Dong nicht der, von dem wir gedacht haben, dass er ist Wahrscheinlich ist einfach nur ein guter Mensch Denkst du nicht? Ich glaub, es ist ein Affe Wahrscheinlich ist er einfach nur ein guter Mensch Du kriegst nicht mal hab Ich hab 27 Ich hab gedacht, wir spielen zusammen Ich hab echt gedacht, wir spielen zusammen Ich hab echt gedacht, wir spielen zusammen Ich hab echt gedacht, wir spielen zusammen Eine Münze Ich wusste nicht, dass es ein Münzen spielst Scheiß drauf Der hat dich trotzdem gewonnen Donald hat gewonnen Ich kann das nicht sagen Das war die letzte Runde zunächst sehen wir die stadt anzunehmen ich schwöre ein scheiß kopf zweiter platz dachte mir die sterne gezählt haben kommen wir zu euren münzen 89 menschen kann doch es ist spannend freunde ja der verkündung des superhelden wer ist es wohl wir haben eine offizielle ankündigung unser neuer superstar ist dann ist es mal auf großartige neugierigkeiten der gefunden ich muss scheiß text nicht lesen auf die zuschauer möglichkeiten von geld auf der stelle schnell das ist ein podcast verdammt du leicht wasser matrose sollst du nicht einfach mein schatz ich habe eine nachmelden geschaut ich habe nichts eingesetzt das würde ich auch gerne an den bohrer oder er ist in das ist in diesem fetter kaffee beim globale man das ist ja da die schuhe es ist dong wo hat er es also geschafft auf den schatz komm ja mein freund ja 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 jetzt geht ab oh mein gott das ist aber das ist eine unverschämtheit dort geht dann auch was damals schall aber das tut keine taubung kein gutes spiel zum dauersten ist muss ich vorstellen wie der im kopf steht ich bin abwürdig habe also kaputt gemacht ich wollte ihnen vorschlage mit meinem schwert zu spielen mein schwert dann hat gewonnen nach all diesen geschrei nach all diesen stress ich habe die ganze zeit gesagt dort wird verlieren dort wird mit zwei münzen und null stern darum stehen und jetzt schaut es euch an dong ist weltmeister es ist so unzufriedenstellend und kann über die tausend japsi japsi mama live einfach nicht das mikrofon in meinem scheiss mund wäfff 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 wäfff